So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Gestern Abend habe ich noch das Video rausgehauen über Hupa. Ja, ich habe die ganze Zeit gesagt Hoppa, Hoppa. Wie wenn du Uso trinkst oder wenn der Hund durch den Reifen springt. Hoppa im September. Jetzt wissen wir, es heißt Hupa im September. Mit einer Spezialforschung, mit allem drum und dran, mit Shiny Ditto für alle. Shiny Ditto auch aus dem Feldforschungsdurchbruch. Aha, das habe ich gestern nicht gesagt, denn es waren zwar erste News bekannt für Hupa und für Shiny Ditto, aber nicht der komplette Eventkalender. Auf den habe ich ja gewartet. Der kam leider jetzt erst raus. Ich möchte deshalb jetzt kurz das nochmal beleuchten. Alles, was für September wichtig ist. Der Feldforschungsdurchbruch, die Spotlightstunden, die Mega-Raids, die Raid-Bosse. Denn am Mittwoch, 10 Uhr ist ja schon wieder der Wechsel. Summer Sender wird gehen und was anderes kommt. Da Hupa aber in der Spezialforschung ist, geht es ja nicht in die Raids. Wir brauchen also was anderes in den Raids. Und was das ist, das seht ihr jetzt. Und vor allem, was es alles Neues gibt. Go Raid-Bosse! Forschungsdurchbrüche und mehr im September. Wir machen es auch ganz kurz. Wir gehen hier drauf. Wo ist die Maus hin? Hier ist die Maus. Der neue Forschungsdurchbruch und wöchentliche Box. Ab dem 1. September 22 Uhr, hebt euch das wirklich auf. Diesmal ist es wichtig. Gibt es Shiny Ditto. Also es gibt Ditto im Feldforschungsdurchbruch. Und Ditto kann auch Shiny sein. Gleichzeitig gibt es natürlich diese neuen Ditto-Tarnungen, Verkleidungen von Pokémon, die auch Shiny sein können. Wenn ihr ein Shiny Pokémon fangt, sich das in Ditto verwandelt, kann Ditto auch Shiny sein. Also für alle Leute, die kein Ticket hatten zum Kando-Tag und kein Shiny Ditto bekommen haben, habt ihr jetzt trotzdem die Möglichkeit, Shiny Ditto zu bekommen. Und was ich cool finde, ist eben dieser Feldforschungsdurchbruch zusätzlich. Viele sagen immer, Feldforschungsdurchbruch ist uninteressant. Früher waren da mal Legendäre drin, jetzt nicht mehr. Jetzt ist da nur noch Mist drin. Shiny Ditto aus dem Feldforschungsdurchbruch ist auf jeden Fall aber eine feine Sache. Generell Ditto. Viele Leute haben irgendwelche Spezialforschungen oder Quests noch übrig, wo dann einfach drin steht. Du musst ein Ditto fangen und die kriegen keins. Und die rennen jahrelang mit dieser Forschung rum, mit dieser Aufgabe. Jetzt wisst ihr, ihr holt eure Stempel ab und aus dem Durchbruch gönnt ihr euch das Ditto, fangt das und damit hättet ihr diese Aufgabe auch gelöst. Gleichzeitig aber eben auch die Chance auf das Shiny Ditto. So, ab 1. September 22 Uhr, dann den ganzen Monat. Ihr habt also viermal die Chance, ein Shiny Ditto zu bekommen. Viermal die Chance auf ein garantiertes Ditto. Nutzt das und wer ein Shiny kriegt, der schreibt es in die Kommentare. Genau, wie auch immer so. Jeden Monat im September erscheint wieder eine Box für eine Pogemünze, die einen Fanrate Pass und weitere Items enthält. Der Fanrate Pass war in letzter Zeit auch in dem Forschungsdurchbruch. Da haben sich einige natürlich beschwert. Da muss ich ja jeden Tag spielen und jeden Tag was machen, dass ich dann nach sieben Tagen belohnt werde. Jetzt haben sie es wieder in die Boxen gepackt. Es gab es ja anfangs in den Boxen, dann im Durchbruch, jetzt wieder in den Boxen. Ich fand das eigentlich beim Forschungsdurchbruch sogar besser, weil man eben was dafür tun muss. So kauft ihr das einfach, braucht trotzdem einen Coin. Und viele haben nicht mal diesen einen Coin und können das nicht nutzen. Wenn ihr euch in eine Arena setzt, ihr braucht nur 10 Minuten drinsetzen, sitzen, dann kriegt ihr den einen Coin. Wenn ihr dann wieder rausfliegt, müsste trotzdem erschwinglich sein für viele. Dann hier neue Entwicklungsvorschau wird angezeigt. Demnächst wird man vor der Entwicklung schon sehen, wie die WP anschließend sein werden. Welche Varianten der Kampfliga dadurch verfügbar sind. Also ihr seht hier, das Schillock wird zu Turtog. Das überschreitet das WP-Limit für manche Kampfligen. Ihr seht, dass es dann nicht mehr in der Superliga geht, aber Hyper- und Meisterliga. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Neuerung, wenn man sich immer unsicher ist. Stufe 5er Raidboss im September und jetzt haltet euch fest. Da muss man einfach komplett ausrasten, oder? Lugia ist zurück! Lugia, normalerweise hätte ich auch gesagt, sobald Lugia kommt, schon wieder. Das war schon 10 Mal da, braucht kein Mensch. Mittlerweile sehe ich die Dinge anders. Viele haben noch kein Lugia. Manche brauchen noch das Shiny Lugia. Wahrscheinlich wäre es andersrum sinnvoller. Manche brauchen noch das Lugia, viele brauchen noch das Shiny. Und mittlerweile gibt es die XL-Bombombs. Seitdem es XL-Bombombs gibt, gab es kein Lugia mehr. Lugia ist so lange schon da. Ich habe eins gemaxed, aber ich glaube 96 oder so ist mein bestes. Lugia auf Level 50 mit XL-Bombombs zu ziehen. Und 100% wäre mein Ziel für den September. Auch wenn da Selve, Vespret, Tobuts noch am Start sind im September. Mein Ziel für September wird es sein, Lugia als 100% zu bekommen und auf Level 50 zu ziehen. Selve, Tobuts, Vespret, Shiny. Reden wir gleich noch drüber. Ist okay. Aber wenn das Shiny da ist, reicht das auch. Mehr brauche ich davon eigentlich nicht. 100%ige sind mir von den dreien komplett egal. Ich finde die alle hässlich. Der Reihe nach weg finde ich unnötig. Braucht man auch für nichts, meiner Meinung nach. Lugia soll angeblich in der GBL ganz cool sein. Mittlerweile aber für mich einfach legendäres Pokémon für die Sammlung. Auf 100, fertig, zack. War schon oft da. Kann man alles geben. Anders als Session und Summer Center, wie ich es aussprechen soll, die das erste Mal da waren. Da musst du kein Gas geben. Da machst du deinen täglichen Pass. Wenn ein Hunderter dabei ist, okay. Wenn nicht, dann nicht. Wenn die als Shinies reinkommen, kannst du ja mehr machen. Dann lohnt sich das. Für die Bonbons, für die IV, für das Shiny. Lugia ist eben so ein Kandidat. Jetzt würde ich auch bei Lugia Gas geben. Ich freue mich also auf Lugia. Wird vom 1. bis zum 14. September, glaube ich, da sein. Steht auch da oben. 1.9.10 Uhr bis 14.9.10 Uhr Lugia. Auch in der Shiny-Variante. Dann, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Eigentlich für euch. Für mich ist Lugia interessant. Für euch wird Selve, Tobuz und Vesprit interessant. Vom 1.10. Ach, vom 14.9. Natürlich, wenn Lugia weg ist, bis 1.10. Vesprit in Europa, Afrika, Indien und Nahe Osten. Tobuz, Amerika, Grönland. Selve, Asien und Pazifikregionen. Das größte Problem wird sein, wir haben Vesprit. Die anderen zwei sind wieder kontinental. Gleichzeitig gibt es sie als Shiny. Wer also die noch gar nicht hat, will die ja machen, um den Eintrag zu haben. Wer die schon hat und die Shinies sucht, will die ja machen, wegen den Shinies. Selve, Vesprit, Tobuz waren damals da und damit hat alles angefangen. Das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Ihr kennt das Format Rates für Zuschauer. Was wir meistens an den Wochenenden machen. Legendäre Rates für Zuschauer am Wochenende. Samstag und Sonntag. Samstag mittlerweile von 9 bis 13 Uhr. Sonntag von 11 bis 15 Uhr. Ist jedes Wochenende gewesen bis jetzt. Und hat es einen Ursprung eben mit Selve und Tobuz. Ihr seht das hier, was das noch für Zeiten waren. Selve Rates für Zuschauer. Vor 8 Monaten gestreamt. 2.500 Aufrufe. Da ging der Stream 6 Stunden 37. Tobuz Rates für Zuschauer. Da ging der Stream 4 Stunden 52. Auch 2.600 Aufrufe. Und dann haben wir alles nochmal zusammengepackt. Selve und Tobuz Rates für Zuschauer. 8 Stunden und 7 Minuten. 4.400 Aufrufe. Damit hat alles angefangen. Wir haben Rates für Zuschauer das erste Mal gemacht. Weil wir wussten, die Leute brauchen Selve. Die Leute brauchen Tobuz. Sie kommen da nicht hin. Sie können keine Rates machen. Wir sind da hin. Wir haben euch eingeladen, dass ihr den Pokédex Eintrag holen könntet. Und jetzt ist das zurück. Für mich ist das sozusagen Jubiläum für Rates für Zuschauer. Diesmal gibt es sie auch als Shiny. Das Interesse wird sicherlich also größer sein als bei Zeshan und Zamasenta. Darauf bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Vielleicht eine Woche lang zum Beispiel Samstag Selve, Sonntag Tobuz. Und die Woche drauf dann Samstag Tobuz und Sonntag Selve. Dass man das dann tauscht. Dass jedes Mal einen Samstag hatte. Dass jedes Mal einen Sonntag hatte. Westbrit werden wir vielleicht vernachlässigen. Westbrit ist ja das in Europa. Westbrit werdet ihr überall an jeder Arena finden. Dafür haben wir die Raid Gruppe. Die Telegram Raid Gruppe in der Beschreibung. Passt für viele. Da sind auch über 1000 Leute drin. Wenn ihr da Leute sucht zum Raiden oder nutzt Pogge Raid. Nutzt Raid Party. Nutzt Pogge Genie. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber eben für Selve Tobuz bieten wir euch das auch an. Dass wir wieder Raids für Zuschauer machen werden. Für die, die den Eintrag noch brauchen. Oder für die, die das Shiny suchen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Das wird sicherlich wieder mega Stress. Richtig brutal. Wir müssen auch nach den Zeiten gucken. Weil das ja andere Zeitzonen sind. Da kannst du nicht einfach jetzt 15 Uhr sagen. 15 Uhr wir machen jetzt das. Kann sein, dass dort gar keine Raids mehr sind. Oder dass da noch gar keine Raids auf sind. Aber das werdet ihr alles sehen. Wer das aber braucht. Wir machen das. Wir ziehen das durch. So wie wir es damals gemacht haben. Selve. Hier als Shiny. Also Selve sieht ganz cool aus. Sieht aus wie ein Chambignon. Ist dann hier. Hat einen gelben Bauch. Vesprit. Feuerroter Kopf auf einmal. Und. Habe ich jetzt rot gesagt. Gelber Bauch. Hier auch gelber Bauch. Tobuz auch gelber Bauch. Blauer Kopf. Aber richtig schön knalliger blauer Kopf. Ich finde vom Shiny her. Tobuz irgendwie am coolsten. Ich möchte natürlich alle drei haben. Ihr wollt sicherlich auch alle drei haben. Vesprit. Wie gesagt. Guckt in die Raid Gruppe. Unten in der Beschreibung. Selve Tobuz. Wir werden euch helfen. Wir werden da. An den Wochenenden. Immer Rates für Zuschauer machen. Und so. Kommt ihr da vielleicht auch ran. Und. Mega Pokémon. Brauchst eigentlich auch nicht drüber reden. Hier ist uninteressant. Guckt euch an. Mega Pokémon. Mega Lamus. Kommt vom 1.9. Bis 14.9. Solange wie Luke ja da ist. Gibt es also Mega Lamus. Ist für viele auch uninteressant. Dann kommt Mega Hundemon. Bis zum Rest. Bis zum 1.10. Wir haben noch nie Mega Hundemon. Raids gemacht für euch. Aber. Ich glaube das Interesse liegt eindeutig bei den anderen Shinies. Die es da gibt. Und bei den anderen Pokémon. Leider kein neues Pokémon da. Kein neues Mega Pokémon. Was ich schade finde. Viele warten auf Mega Despotar. Mega Scaraborn. Mega Lucario. Mega Medagross. Lauter solche fette Brumme. Aber. Konzentriert euch einfach auf die Fünfer. Würde ich sagen. Schreibt mal rein. Welches ihr noch braucht. Und ob ihr auch noch Luke ja braucht. Die Raid Stunden natürlich. Jeden Mittwoch. 18, 19 Uhr. Ich werde mich wieder einladen lassen. Zu Raid Mania. Von meinen Freunden. Äh. Um Raid Mania Punkte zu sammeln. Das wird auf jeden Fall eine nette Sache sein. Rampenlicht Stunden sind auch wieder aufgeteilt. Wieder Dienstag. Immer von 18 bis 19 Uhr. Ihr wisst ja. Mittwoch Raid Stunde. Dienstag. Rampenlicht Stunde. Diesmal habt ihr am 7. September. Schreibt es euch auf. Ich mache das auch immer. Immer im Handy. Immer im Organizer. Schreibe ich mir immer Dienstag. Da schreibe ich das Pokémon hin. Nächsten Dienstag das. Nächsten Dienstag das. Und den Bonus. Dann habe ich immer alles parat am Handy. 7. September. Spoink. Gibt es als Shiny. Mit Doppeltfangstaub. Staub ist okay. Spoink an sich. Gab es beim chinesischen Neujahr alles als Spawn. Ganz viel vermehrt. Dürfte eigentlich fast auch jeder haben. Am 14. September. Pupanz. Gibt es auch als Shiny. Doppeltfang EP. Brauche ich auch nicht. Eneko. Shiny. Doppeltfang Bonbons am 21. Und Alola Mauzi. Doppeltverschickt Bonbons am 28. Ich finde. Von diesen vier Pokémon ist Alola Mauzi vielleicht noch das Interessanteste mit. Da man die Alolas. Gerade als Shiny. Shiny ja meistens nur aus Eiern brüten konnte. Jetzt habt ihr die Möglichkeit das Alola Mauzi also Shiny auch in der Wildnis zu fangen. Nutzt das dafür. Die anderen habt ihr ja sonst immer als Spawns überall. Rampenlichtstunden hauen mich trotzdem alle nicht wirklich vom Sockel. Raidstunden werden mitgenommen. Mega Pokémon uninteressant. Lukia. Hunderter Gönnung. Wird hoffentlich erfolgen. Die drei Shinies mitgenommen von den kontinentalen Viechern. Ansonsten weitere Events habt ihr hier noch. Jahreszeit des Schabernacks. Steht ja da. Wird ja alles gestartet. Wie dann habe ich gestern das Video drüber gemacht. Wo dann auch Hubbar reinkommt. Und das Shiny Ditto. Dann habt ihr den Community Day mit Otaro. Ist hier nochmal aufgelistet. Wenn ihr es euch noch nicht eingetragen habt. 19.09. 11 bis 17 Uhr. Dass der Star da auch endlich weg ist. 8.09. Bis 13.09. Ein Psychospektakel. Da gibt es bestimmt auch neue Shinies. Da freue ich mich auch drauf. Besonders. 21.09. Bis 28.09. Fashion Week. Das klingt doch stylisch. Giovanni kann vorerst nicht im Pokémon Go angetroffen werden. Steht ja auch noch dabei. Bis September bleibt Ho-Oh als Krypto-Pokémon. Danach kommt was anderes. Aber jetzt ist Giovanni schon wieder weg. Also nichts Neues aus der Krypto-Fraktion. Zwei neue Events hier. Psychospektakel. Fashion Week angekündigt. Der Community Day ist Star da. Also wir sind gespannt was danach kommt. Ansonsten die Rampenlichtstunden. Schreibt ihr mal rein auf was ihr euch besonders freut. Und worauf ihr Bock habt. Und denkt dran. Rates für Zuschauer. Immer noch sehr beliebtes Format hier. Wir helfen euch. Wir unterstützen euch. Wir machen das wie ein Podcast. Wir labern. Solange ihr könnt Fragen stellen. Finde ich eigentlich eine coole Lösung. Und ansonsten würde ich sagen. War es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Vorhaut. haut. Vielen Dank.